Let's play Ano 1404 Venedig! Die Erschaffung einer neuen Welt! Ich hab eigentlich hier oben jeweils, gut 63 bloß. Ja, seht ihr, ich hab hier oben auch nicht mehr 100, außer von dem her. Wird schon gut gehen. Also jetzt noch 3 Stück hiervon. Rösten wir ein bisschen. Ein fairer Handel! Das war klar, was passieren muss. Zwei neue kommen jetzt also hier hin. Gut. Hätten wir jetzt also keine Produktion da unten hin verlagert. Kommt das auch noch alles weg? Muss alles weg, alles weg, alles weg, alles muss weg. Ja, so wie der Weg hier. Zack, 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 zack. Ein Mitspieler hat einem Kontrahenten einen Radsitz abgejagt. Äh, Kaltenbach ist das nicht ihre Insel? Oh nö, ist das eine? Mit jedem Beratssitz steigt euer Einfluss auf dieser Insel. Jep, 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 jep. Soweit klar, kein Problem. Ah, kommt gerade gut. Ich hab mir gerade dran gedacht. Hm, können wir mit oder sowas? Genau. Wobei, jetzt hab ich... Äh, ich hab jetzt hier irgendein Mosaik mehr. Doch, genug. Genug. Und zwar... Mosaik wollte ich hier genau verschieben. 30 und... Tja. Reicht schon. Das reicht schon. Oh! Hat er vier hier, wa? Okay, gut zu wissen. Vier Röstereien also. So. Na ja, hoffen wir es lohnt sich nachher auch. Gut. Äh, dann mache ich das jetzt hier mal so. Weil das ja Stürme... Äh, nee, ist gut, ist gut. Ich hab... Äh, wobei. Ich hab ein bisschen... Platz verschieben und so, wa? Ach, meintens Kind hey. Überall fehlts an allem. Das ist unglaublich. Meintens hat ursprünglich... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück, echt jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gibt sogar... Gut, fünf Stück also. Kommen die alle weg. Kommen die haben sowieso genug. Auf Lager, also das kein Problem. Oh, das ist nicht gerade optimal. Aber na ja. Wird seinen Zweck schon erfüllen. Obwohl, ich könnte ihn noch ein bisschen verschieben, wa? Ja Leute, ihr merkt schon, wir kommen langsam in der Schlussphase. Ich werde langsam richtig pingelig. Alles muss richtig sitzen. Überall, überall, überall. Gut, jetzt reist ich den hier oben noch ab. Ich stelle mich ein bisschen von der Position her. Hier reist es doch auch, oder? Doch, das sieht super aus. Gut. Was passiert noch? Schön für ihn. Und zuck. Jep. Das wird was. Das sieht gut aus. Dann dennoch weg. Machen wir eigentlich die Verbindung hier unten gar nicht. Äh, ups. Nicht so viel weg. Jep. Doch, 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 doch. Das geht doch eigentlich. Dann kann ich vielleicht noch ein Feuerwachen so machen. Je nachdem halt. Oh, der ist gerade hier oben. Äh, und dann nochmal so eine Duftwassermaschinerie oder wie auch immer. Oh. Ja, aber jetzt kommt ein Dicke. Der gerade auch ein bisschen leer. Nö, der sieht gut aus. Trotzdem noch mal ganz kurz nachfruchten. Nachfruchten vor allem. Nachbewesen natürlich. 30 Tonnen, ja. Ist natürlich schon so. Da war jetzt noch mal einen mehr. Mindestens. Hm. Die ordnet auch ein bisschen doof aus. Die sind sehr doof vor allem. Ja, wieso nicht? Eigentlich auch ein bisschen die Verschwendung hier. Direkt zum Grossen. Aber egal. Momentan haben wir das Geld. Gut. Dann können wir es auch ein bisschen geniessen. Äh. Die Tongrube. Zack. Wieder mal merke ich gerade. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part schon alt ist. Michael, Michael, Michael. Wird es immer besser. Jetzt haben wir hier noch eine, wa? Das eine Mosaikmachereich reicht ja im Prinzip. Weil ich habe immer so viel Quarz. Ja, vom einen hin. Wir können immer noch den zweiten machen. So. Ich denke mal der Umzug ist soweit geglückt, wa? Wir können nachher noch schön... Äh. Hallo. Ist der Wege müssen zu lange, oder wie? Jetzt hat es wieder keine... Jetzt auch wieder welche. Dann gehst du doch holen, Mensch. Was? Was? Wir kommen nicht nach. Es sind fünf zu viel. Ne, ich hatte vorhin auch fünf. Hä? Hervierung? Hm. Egal. Gut. Kaffee sieht soweit eigentlich noch gut aus. Ist wieder ein bisschen gesunken. Aber so lag da und das halt gar nicht ein bisschen umnispositioniert habe. Mensch, ich kann jetzt kaum noch reden. Betrachtet diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Ja, dankeschön. Oh. Oh, oh, oh. Ich hab das Geld. Ich hab das Geld. Ich hab die Kohle. Die Insel wird mir gehören. Freut mich, dass du mich besuchen kommst. Die Insel. Sei mein! Die Sammlung frisst euch förmlich aus der Hand. Juhu. Oh, was kommt jetzt? Bitte nicht, bitte nicht. El Nasa, sei lieb zu mir. Ich werde niemals vergessen, was du meinem Volk angetan hast. Autsch. Ich glaub, die ist nicht mehr so ganz happy, wa? Hehehe. Ja, Entschuldigung, Süsser. Es musste sein. Egal, so. Also ein bisschen Abwahl, was die hier gemacht hat. Weil er... Kann's nicht bringen, ne? Ich muss tun, was für mein Volk am Besten ist. Mhm. Was für mein Herz? Herz-Sperz. Fällt mir gar nicht der Song von Beatrice Segli ein. Ja, ja, ja. Unsere Schlagerkönigin, wa? Unsere Schlagerprinzessin, die wir auch hier haben. Bravo. Man sollte sich deine Taten zum Vorbild nehmen. Ja, das versteht ja nicht ganz, wa? Wie geht es dir? Alter, so viel runter. Okay, das war gleich noch ein bisschen Fehler, wa? Scheisse, ey. Na, egal. Wenn ich mir gut gehen, das ist aber kein Kalt... Oh, ich hab sogar noch ein bisschen Glas hier. Hm. Den Glaser wird's freuen. Hahaha. Alter. Mit den dämlichen Sprüchen auf. So. Ähm, die... Das hat sich alles total fehl... Was hat die hier gemacht, Mensch? Ja, muss ich alles ein bisschen neu machen. Zwei ihrer Mitspieler schliessen... Zack, 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 zack. Alles zurück. Gut. Die Insel neu besiedeln, das sind wir... Wollte schon sagen, ne? Herzlich, Herzlich passt schon besser. Oh, hab ich jetzt... Nein, ich trottel absolut mal... Äh, da hat sich die Kapazität gesunken. Ich... Arsch! Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich seh's ja... Wie sieht's eigentlich jetzt mit dem... Ah, guck mal einer an, das Eisenerz kehrt zurück. Mensch, hab ich das vermisst. Oh, Holz sinkt wieder ein bisschen. Hallo, was ist meine Holzhütten? Ja, Kohle ist ja schöner wie... Äh, hallo, Holz? Ups, hat man noch vier, wie es aussieht. Das war mal ein bisschen mehr. Egal, aktuell wird's reichen. Ähm, da ist auch wieder so einer. Ups, Entschuldigung, das war gerade falsch. Nein, du bleibst hier. Du gehst hier hin. Kleine Schiffchen, gut. Das war das grosse Schiffchen, sehr gut. Äh, 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 Kräuter, hallo. Achso! Ja, sowieso zu viel. Also, noch ganz kurz ein Rundcheck. Hier sieht's gut aus. Lederwärmst wird sich weniger. Hallo, ist das mit dem Schweinehäuten oder wie? Das ist das mit dem Schweinehäuten. Deswegen, denk ich mal, wa? Weil sonst sind doch ein Problem. Gut, ich hab nur zwei, aber es hat bisher immer gereicht. Okay, okay. Vielleicht auch da oben noch machen. Ähm, ne. Wär ein bisschen doof, aber auch hier. Verschreibe etwas für oben. Ja, Leute, ihr merkt schon, es kommt bereits die Frage. Hm, ja, wer macht das mit Auslagen und so? Was wär am besten? Also, hier mit den Trauben, da steh ich eben noch auf Kriegsfuss. Kriegsfuss vor allem. Äh, Kriegsfuss, Kriegsfuss. Kriegst du den Fuss? Ne, krieg ich eben nicht. Da kommt er gerade in mein grosses Schiffchen. Jep, da kommt er mit sehr viel Gewürzen. Ganz geil. So, hier oben sitzen jetzt hier aus. Ich hoffe ein bisschen besser. Äh, ja, wie war es jetzt gerade? Sieben. Naja, damit gewinnt es ja auch keinen Blumentopf. Aber gut, ich lasse jetzt mal das so. Wird schon gut gehen. Was hat jetzt das bewirkt? Das ist momentan noch gut. Perlenkeit, ich hab zu wenig. Zu wenig Perlen? Hä, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Ja, ja. Ich nehme es mal an. Aber trotzdem... Das ist natürlich doof. Ich habe gerade nicht irgendetwas mit Perlenknüpfen rein und so. Das wäre doch jetzt ganz cool. Saatgut Mandeln. Äh, nein. Auf der Insel wenig, aber. Du bist hier runtergebracht? Nein. So, das ist eine Ziegenfarm. Weisst du vielleicht noch etwas bezüglich Perlenketten? Das wäre jetzt ganz geil. Wenn du hier irgendwas hast... Äh, sieht weniger so aus, oder? Nein, das sieht leider wirklich nicht so aus. Ja, gut. Per getränkte Strohball, noch nicht schlecht. Was ich auch mal machen könnte, Leute, wäre nämlich unsere Flotte hier unten nach oben. zu schicken. Er spricht zu ihm hier oben. Und mal was zu holen. Nämlich um unsere Beziehung zu unserem guten alten Kumpel hier zu vertiefen. Ja. Dem Kumpel. Äh... Da braucht sie den Kumpel, genau. Da war ja was. Aus einem ganz seltsamen Grund ist es gerade bei mir ein Ding runtergegangen. Die Kohle. Die Frage ist für mich, wieso. Ist das nicht ganz in Ordnung? Es sieht gut aus. Da war jetzt mal ein kleines Problem. Da fühlt es sich ja auch zum Glück wieder. Da. Neun Schiff vielleicht? Nee. Kann ich mir auch nicht sein. Hm. Crazy. Gut. Das hätten wir jetzt. Was ist als... Ups. Entschuldigung, wir sind wieder ans Mikro gekommen. Schon wieder ans Mikro. Darauf nehme ich mal einen kleinen Schluck Wasser. Ja, ich weiss aber theoretisch genug im Hintergrund. Aber Salzwasser? Nee. Ich glaube auch nicht so zu empfehlen. Genau, das hier rüber chauffieren wollte ich noch machen. Das dann später. Darf noch mal zu wenig, wa? Genau. Schweinshurt wollte doch irgendwie... Achso, stimmt ja. Also sowas noch, wa? Ja, genau. Gut. Das war glaube ich die Qualle. Die hat ein gutes Geschäft gemacht. Er hat ja einen Holzbackofen und Gerberei. Gut. Das stimmt soweit. Tapferer Landsknecht. Mutiger Seemann. Fleissiger Schlepper. Äh, Schlepper. Was ja alles gibt, hey. Gut. Als nächstes also brauchen wir noch mehr Holz. Und noch ein bisschen Fels, wenn's geht. Yep. Das sieht doch gut aus. Wunderprächtig. Na dann, zurück nach oben. Soweit dazu. Der nächste Punkt ist ja der hier. Genau. Der holst gerade das Indigo. Das stimmt soweit auch. Das war nicht meine Insel. Nö. Man sieht doch ein bisschen schöner aus. Flussbitt habe ich ja überall. Das wird so ein Gedicht werden, Leute. Ja. Bitterbar. Ja. Fühlt sich ein bisschen bitter. Gerade aktuell. Aber dazu später mehr. Ähm. Läuft nur ins offene Messer. Dann will er mich nicht meine Insel übernehmen. Bitte nicht. Come on. Ja. Ein gutes Geschäft. Äh. So ein anderes Schiff. Aber okay. Hm. Was soll ich jetzt noch machen? Hat irgendwas im... Hinterköpfchen. Was war denn das schon wieder? Das mit den Fässern? Geht's wieder zurück. Aber egal. Noch genug davon. Ne. Das war's auch nicht. Subloat nochmal. Was weiß ich jetzt schon wieder? Du kannst sonst mal... Öhm.. Ötütütö. Acht Tonnen nen Lager. Sieben noch. Ah gut. Das und das und das mitnehmen. Ja, klar. Lass ein paar Münzen sprengen, dann geschieht dir nichts. No. Ja. Ich glaube, dass wir erstaunt sind. Was kriegt das eigentlich für ihn 10? Kriegsmaschine. Das wäre natürlich schon geil. Okay, okay, wenn ich sowieso gleich bei ihm vorbeikomme. Genau das wollte ich ja. Danke, dass du hier oben bist. Hallo? Ach so, wer ist das? Ich wollte schon sagen, ich bin auf Nizan. Kaiserliche Belobigungskunde. Yes, man. 500 Ruhm. Wenn es weiter nichts ist, womit ich bewegen ein gutes Geschäft habe. Ja, doch, vielleicht schon. Ist noch was? Genau. Fliegerange Zange. Feinschmiede. Nee, eigentlich nicht, wahr? Oh. Ja, hast du bereits gesehen. Messing. Das ist auch noch ein Produkt, das uns fehlt. Aber da, wie gesagt, später dann mehr noch dazu. Ähm, gebe ich das noch ab. Ich schlage ein. 999er Prez. Geil, geil, geil. So, jetzt hier vorbei. Ich bin euch in tiefster Dankbarkeit verbunden. Yep. Natürlich wie alle. Gut. Schweinenzucht, wahr? Äh, ich habe gesagt, hier habe ich drei, wahr? Genau, bloß drei. Ich denke mal, vier oder fünf wären cool. Gut. Welches Bauvorhaben plant ihr? Das frage ich mich gerade nicht. Das ist ja Sonnenklau, also planen. Schweinzucht Nummer eins. Die zweite. Dann kommt hier... So, mach's mal sowas. Noch ein bisschen besseren Überblick. Gut. Äh, ich denke mal, hier noch einen. Und hier unten. Und dann hier oben. Aber sonst hier oben auch noch überall Platz. Für weitere Züchterleien. Ja, haha. Der Michael geht in die Zucht. Äh, Moment, das klingt nie falsch. Das klingt ein bisschen ver... Hä? Seltsam. Was ist jetzt hier? Ja, mach's auch nicht so doof. Hä? Versteh ich nichts. Achso, weil ich gerade... Ups, Entschuldigung. Jetzt sehe ich es. Ich war ein bisschen zu nah dran, so jetzt aber. Deswegen hat er reklamiert. Ja, da muss ich erst mal kommen. Äh, so. Ganz ganz besonders rum. Du machst es etwa ähnlich und gehst direkt drüber. Zack. Du holst es dir hier vorn ab. Der geht da hoch. Dasselbe gilt für ihn. Jep. Und dann schlussendlich noch für den hier. Äh. Tja, sowohl dazu, wa? Wo fehlt es denn jetzt genau, wenn ich noch mal fragen darf? Ich muss doch wieder hier unten, hier hinten, wa? Das kann ich mir zumindest durchaus vorstellen. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Und dann schlussendlich. Bärenhöhle. Bärenhöhle. Jetzt sind da nice und Kanonen gebe ich zwar nur ungern her, wenn es nicht sein muss. Äh, wieviel wieder? Äh, wieviel wieder? Zwölf. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Mal runter hier, wa? Und gucken, was er dazu sagt. Du du du. Du du. 39 Tonnen Trauben. Naja, sind doch nicht gerade das Masel oder Dinge. Aber wenn es eigentlich gerade besser geht von mir aus. So. Jetzt habe ich einen Schweineholt. Ich muss ganz kurz den Rand kurbeln. Ah, bereits 6 Tonnen, sehr schön. Zack. Salam Aleikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ja. Auch nichts Neues. Guck, Gäberei muss ich fast hier lassen, wa? Obwohl, sieht schon ein bisschen doof aus hier so oben. Ja, sonst schwimmen heute und Salz hier hochbringen. Und dann hier produzieren wir wieder runter, chauffieren. Ohhhh. Kann es doch ganz kompliziert machen, nicht wahr? Okay, erstmal kommen die weg. Das erst, was ich hier erfolgreich expandiert habe, wa? Ganz geil. Du 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 du. Das war der Hanfgut. Und das hier muss man immer noch hinwinnen. Irgendwas, was passiert, oder? Der hier. Ja, Most nicht, oder wie? Entschuldigung, der Most auch mal irgendwie. Okay, also wenn das reicht. Den auch mal weg. Du 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 du. Und tschüss. Gut, 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 gut. Yep, das sieht doch schon mal sehr geil aus. So. Was ist das für ein Gebäude? Ja, steigen wir jetzt an die Bärenhöhle. Genau, die Bärenhöhle. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft. Das war nicht die Bärenhöhle, aber auch gut aus. Das und das hier, wa? Jep. Konntet ihr diese Angelegenheit weder eure Barmherzigkeit? Wie schön, dass man euch mit der... Sehr aufmerksam. Eure Taten sind... Seid doch schon mal sehr geil aus. So. Viel fehlt nicht mehr, bis er da ganz dicker bin mit ihm, wa? Ja. Na? Guti, guti, guti. So. Äh genau. Noch mal anschmeissen. Zack. Und zack, alter. Das kostet... Ja, ja, ja. Ich hab zwei davon, wa? Das Werkzeug schmieden. Hier sind sogar drei. Auch eine Vierte draus, aber genug von anderem Zeug. Zack. Vier Eisenschmieden, also. Geil. Der hier, naja. So ein bisschen Fehler am Platz, was? Der hier aussen? Hmm... So ein Fleisch, okay, aber er hat schwirren, er hat irgendwo einen Mosthof irgendwie pausiert. Das wird zurückgegangen gemacht, weil es doch zu wenig war. Kann natürlich sein. So, nochmal ganz kurz gucken, was haben wir jetzt insgesamt? Hier müssen wir einen Plan machen, was? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für eine ganze Siedlung reicht das. Okay... Ich würde sagen, plus Wachstum, mache ich dann mal 10 hier oben, wa? Meine Schiffe beliefern euch gern. Und jeder hat bekommen, was er wollte. So, davon kommen wir hier auch. Okay, ja, ich glaube, ich kann jetzt die ganze Produktion hier irgendwie verlagern, was ja auch mein Ziel ist. Ja, nach wie vor noch. Könnte also alles klappen noch. Momentan ist alles noch möglich. Was mache ich jetzt so erst? Vermutlich denke ich mal Hanf und Most, wa? Weil es ja natürlich auch geht. Dann war jetzt noch das Nächste und dann das Letzte, was ich hier noch machen könnte. Ja, gute Frage. Mein Trauben könnte ich natürlich auch anpflanzen. Aber auch ist hier oben nicht mehr. Und das Fluss begann ich hier im Prinzip dann. Aber ist eigentlich auch immer gut. Oh, Mann. Hm. Können wir vielleicht doch hier Trauben noch machen? Im kleinen Bereich? Nee, wir können eigentlich gar nicht mehr machen. Oh je, oh je, Leute. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, ja. Mit 10er geht es natürlich auch schneller. So, du hast irgendwas mit 5000 Ruhm insgesamt, wa? Ach du Scheiße, das geht natürlich auch nie hin. Aber egal, ähm, hast du bereits ein neues... Wollte ich gerade fragen, was ich meine? Wie ist es euch inzwischen ergangen? Oh, man kann nicht klagen, man kann nicht klagen. Bist du einfach hier oben noch alles bereit sein? Oh, ja. Müsst du eigentlich noch ein bisschen verschieben, nicht wahr? Hier stimmt es noch. Hier sieht es auch wieder gut aus. Hier auch. Oh, duft Wasser. Wow, wow, duft Wasser. Oh, da ist duft Wasser. Der Kaffee nicht ganz, wa? Also man sieht schon, dass sieben sind vielleicht ein... ...eins war zu wenig. Vielleicht sogar hier nochmal eins. Hm. Mal schauen. Auf alle Fälle auch jetzt hier noch, wenn es geht. Ich kann auch mal ein bisschen Zeit haben. Ähm, was ein bisschen... ...schöner machen, wa? Kann ja auch nie schaden. Oh ja, genau. Der fehlt ja auch noch, die Festung. Der Brunnen wie gross war der schon wieder. Weißraum hier oben. Das ist soweit doch korrekt. Trotzdem mal ganz kurz noch ein paar Palmen. Zack, zack, zack. Nur fürs Ambiente. So, und dann wird es Zeit, die Strasse zu verschönern. So, ja, gut. Wie? Boah, Alter. Das ist doch Wahnsinn, ey. Wie teuer das ist. Ja, also normal ist es garantiert nicht. Können wir erzählen, was ihr wollt. Normal ist was anderes. Aber sonst sieht es soweit gut aus. Und die Frage bleibt, wie mache ich das jetzt hier? Hm. Ja, mal überlegen, wa? Den Bazaar, wo baue ich den wohl am besten? Zack, zack, zack. Den Rest macht von selber. Der Bazaar. Müssen wir nach hier oben. Aber das ist wirklich zu vieles guten, wa? Da hat auch eine kleine, und ich kann mir ein bisschen was sparen. Das will ja auch gelernt sein, naja. Ein bisschen doof hier. Ich mache es hier und ich mache es hier, wa? Geht auch. Ich mache es hier und mache es hier. Genau. Du, 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 was jetzt? Genau, hier Mosaikmacherei. Dann mache ich also hier. Zack. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Reiss den ab, reiss den ab. Ich weiss, wo überbracht das. Ist mir bewusst. Und baue dafür den hier hin. Ein bisschen billiger. Und ich habe mehr Rohstoff. Also Rohstoff sage ich schon. Natürlich habe ich noch Material nicht auf Lager. Okay. Diese Baupläne könnten euch nützen. Jep. Dankeschön. Können wir reinkriegen. Nö. Kommt gleich vorbei hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja. Ich dachte mit dem Weg und so. Hm. Egal. Ein noch so lassen. Wobei der ist hier wirklich noch ein bisschen doof. Das Zimmermanns Häuschen. So passt doch auch. Ja. Dann haben wir so unseren Platz für irgendetwas. Ah. Ist egal. Ich bin gerade in Gedanken schon irgendwo woanders. Bazar. 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 Genau. Da war irgendwie so, dass es ganz knapp wird. Und so. Ist jetzt. Ja. Jetzt kommt bereits die Frage. Ich setze bereits bis hier hoch. Ein bisschen bis. Wessen irgendwie so machen. Ja. Das war theoretisch richtig. Und die Ausführung war ein bisschen kacke. Einige können natürlich so machen. Und den anderen irgendwie da unten noch. Noch ein bisschen hiervon haben. Ich helfe euch gerne aus. Ein Problem und eine Frage nach der anderen. Weinteutates. Ja. Wäre das irgendwie der Plan? Ob das wirklich so eine gute Idee ist? Ja. Bezweifle ich fast ein bisschen. Äh. Aber jetzt den. Habe ich den jetzt echt ein bisschen zu hoch gebaut? Tatsache. Einen zu hoch oben. Na gut. Ich nehme sowieso aktuell erstmal die Masse. Bis ich dann das Richtige nachher bauen kann. Weil irgendwie hier unten würde es auch noch gut machen. Das irgendwie so hinbauen. Genau hier so. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Was aktuell los oder so? Nö. Sieht alles gut aus. Alles so wie immer. Das freut den Michael doch. Das sieht auch soweit gut aus. Dann hier noch. Und hier. Zack. Dann geht es hier weiter. Bis hier hin sogar. Kann man durchaus so machen. Dann hat sie wieder wegreissen. Zack. Jetzt hat es wieder Platz für ein Häuschen. Also für ein paar mehr. Ich weiss gar nicht. Der Brunnen hier kommt weg. Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Bitte hier. Bitte hier. Bitte hier. Ja ist hier sowieso im gleichen Ort. Äh. Hallo. Hallo. Hallo.